Willkommen zurück zum Talos Principal Sektor A. Wir haben eine Sternwarte vor uns. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet, aber ich werde es jetzt herausfinden und vielleicht auch enttäuscht sein, dass ich es nicht schon früher gemacht habe, aber so bin ich halt. Gut, Tetris werde ich ja langsam vielleicht irgendwann mal besser, aber dieses irgendwann ist nicht heute. Vier, vier, das passt nicht. Das passt ganz und gar nicht. Da brauche ich einen deutlich besseren Plan. Einen deutlich besseren Plan. So, vier, sechs, acht. So, vier, sechs, acht, zehn. Zehn ist schlecht, da brauche ich zwei mehr. Zehn ist sehr, sehr schlecht. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Teile dann nicht die Mitte, sondern den Rand vielleicht ausfüllen. Und dann der Rest irgendwie so gepflastert werden kann. Nah dran, nah dran, aber nicht ganz. Jan zumat teachings. Wieamentos nicht? Es ne denn? Wie ist das? Wie ist das? Ich geh nicht diese abra妹vorte. Ich kann die Grüße tanzen. Das ist die Brunsch 엉beitste. Aber ich segepuede. das kann ja mal wieder nicht so funktionieren der ansatz hier sieht einigermaßen vernünftig aus das teil hier das sieht auch nicht so gut aus probleme sind ich habe wenig normale gerade ecken das sind doch mal richtig ordentlich puzzles fünf stern stern drei graue hier drei graue da ein terminal thalos habe ich schon gelesen das ist ja markiert archiv wichtig projekte die zukünftige katastrophe abwenden sollen noch das schlimmste vorbereitet habe ich das schon gelesen weil das ist nicht markiert mit dem sternchen menschliches blut kann ich mich daran das hier ist auf jeden fall neu ein bild wird vom turm interessant ok da wollte ich nicht rein neue texte im tagebuch dann schauen wir doch mal was das hier für puzzle sind die hier angepriesen werden zuerst schauen wir hier gibt es wieder ein axt level komme ich an einen jammer ran wenn ich mir ein axtartiges ding besorge hier kann ich über irgendwas drüber fliegen doofe doofe mine hoch wie haben wir den level hier reingeflogen naja machen wir ihn halt das muss ein zeichen sein sie komme ich glaube ich auf die wand so weiter hoch geht aber nicht aber ich kann zumindest sehen dass hier ein schlüssel liegt und die doofe doofe mine davor ich denke mal ich muss mit dem jammer von der drügel hier rein fliegen um die doofe doofe mine auszuschalten denn es sieht nicht so aus als hätte ich hier andere tools zur verfügung ja das müsste die lösung sein das heißt aber ich brauche erst was axtartiges was steht hier wenige kommen so weit aber ich glaube dass wenn wir den kommenden generationen wirklich helfen wollen wir die geheimnisse dieser welt entschlüsseln müssen selafiel sagt das ach nee da ist ja die axt das war ja gar nicht so versteckt ok also nochmal ich fliege da rein habe ich behauptet und dann lasse ich die doofe doofe mine frei und schlüpfe hindurch hol mir den schlüssel und schlüpfe wieder raus und die doofe doofe mine macht doofe doofe dinge und sagen die sperren wir wieder ein tschüss und dann können wir das hier entsperren und dann hey dann müssen wir irgendwie den jammer da hinkriegen und jammern können wir das auch von hier aber dann komme ich ja gar nicht mehr da durch möglicherweise gibt es in der welt draußen noch einen weiteren jammer oder so den ich mit reinbringen kann ich kann jetzt nichts mehr trauen sobald das kursel mir erlaubt von außen dinge rein zu bringen sind alle regeln in den wind geschossen hier drin war auch nichts mehr oder? hinten sieht so ein bisschen aus als könnte man da drauf klettern ist aber wahrscheinlich nicht der fall probieren möchte ich es trotzdem einmal ja wirkt nicht so als ginge das woops woopsie daisy okay ich nehme an das ding ist noch aufgehackt nein holla damit war nicht zu rechnen dann gucken wir mal weiter ob wir noch anderswo einen jammer finden nervenschrotter hier ist der ausgang also einen jammer hätten wir schon mal und den lassen bin ich da nicht durch oh shit ja der w w Ja, aber ein Jammer ist nicht genug, um hier weiterzukommen. Ah, deswegen gibt es ja hier einen zweiten. Oh Gott. Nein, 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 nein. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. so die wollen wir erst mal hinter die türe die wand bringen bevor wir hier weitermachen sonst wird das hier nur übel enden ok jetzt können wir uns hier ein bisschen konzentrieren also zunächst mal ist der mittlere sehr gefährlich ich merke schon ich rede kaum mehr ich brauche hier voller konzentration macht er stößt da an das ist nett nur die zwei da muss ich auf gegenphase bringen aber den da würde ich schon ganz gern hier durch lassen da kommt noch ein abschnitt so den blockieren wir mal so dass er nicht wieder kommt mir jetzt einen kleinen fehler machen muss ich das zurück zum anfang und das ist schon passiert boah der level ist nervig nervig ja ihr habt mich schon richtig verstanden das ist ein wortwitz denn es ist ein wortwitzender So, den lassen wir hier durch, und dann lassen wir ihn auch da hinten durch. Mistakes were made. Dammit. Dammit. Oh! Oh, wirklich. Komm schon. Gut. So. Dann würde ich sagen, lassen wir den da hinten auch durch. So. Jetzt wird die Sache etwas angenehmer. Jetzt müssen wir noch die da auf Gegenphase bringen. So. 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 fühle ich mich auch gerade. so. 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 so nahe und doch so fern. so nahe und doch so fern. so nahe und doch so fern. Okay, jetzt habe ich zwei Türen gejammt, komme aber nicht so richtig zurück mit beiden Jammern, weil ich keinen von beiden wegnehmen kann und dann noch das andere Tor hier zu jammen. Wenn ich die beiden Viecher hier durchlasse, das müsste aber gehen. Da müsste ich sogar, ja, nee, das müsste gehen. Das müsste gehen, dann kriege ich den Schlüssel und der Schlüssel reicht doch schon, oder? Okay, die sind drüben. Soll mir jetzt einer erzählen, dass das nicht reicht? Ich kann hier drin nichts mehr machen, oder? Das heißt, ich kann auf jeden Fall die beiden Viecher da wieder reinlassen. Und dann müsste ich doch hier zurückkommen können. So. Und hier war doch irgendwo das Schloss. Äh, wo war denn jetzt das Schloss? Hier. Oh, der Schlüssel passt nicht. Ihr wollt mich nur verarschen, bis jetzt waren das immer alles Universalschlüssel. Okay, lassen wir den Kerl dann nochmal vorbeifahren. Wir machen das Ding hier auch, sodass der immer noch anstößt. Das müsste klappen. Top. Gut, dann schließen wir halt hier auf. Den Jammer nehme ich mal mit. Der könnte sich noch als nützlich erweisen. Zeige ich doch. Bewegt er sich diagonal? Fies. Uuuuh. Doppelt fies. Okay, aber das ist lediglich eine kleine Mutprobe hier. Und eine Geduldsprobe zu geben. Mit ausreichend Geduld kann einem hier nichts passieren. Aber ich bin ja nicht unbedingt für meine Geduld bekannt. Tja. So. Das hätten wir. Da müssen wir noch eine Phase abwarten. Und dann... Ja, der passt. Gut. Das wäre das zweite Teil. Wir könnten einen Jammer zur Tür bringen. Ach, sieh mal an. Äh. An diesem Ort... An diesem Ort gibt es Wesen, mit denen man vernünftig reden kann. Finde sie und mach einen Pakt mit ihnen. Für mich hat's so funktioniert. Gut. Also, ich hab gesagt, ich kann da... ...drin... Vielleicht kann ich was über die Mauer jammen. Ich weiß gar nicht. Man sieht das soweit. Das ist... Wo hat das denn angebracht? Hier, das ist relativ tief. Relativ tief. Das werde ich vermutlich nicht auf die Distanz jammen können. Ich fliege gerade noch einmal rein. Okay, ich hab so eine Vorstellung davon, was ich hier vorhabe. Ich muss nämlich wahrscheinlich diese verdammte Miene da durchgeleiten. Na, what? Wieso war die denn so schnell zurück? What? Oh mein Gott, das ist nicht gut für mein Herz. Okay, geh schon, Miene, geh. Okay. Nee, die stößt hier in den Baum. Die fährt da gar nicht rum. Ah, ich muss den... Hm, kann ich den Baum fällen? Wo ist meine Axt? Das wäre tatsächlich sehr witzig. Ja. Cool. Oh, ich schalte ihn von der richtigen Seite anhalten, damit er in die richtige Richtung fällt. Vor allem nicht auf die Miene. So, jetzt kommt die durch. Witzig, ob sie an dem Baum hier auch noch hängen bleibt. Wäre möglich, ne? Ja, ja, natürlich. Also, noch eine Holzfällerrunde. So, aber gut. Na, hier soll ich auch noch aufschließen, dann. Nur zu, liebe Miene, nur zu. Doofe, doofe Miene. Ja, geh, kleine, geh. Geh. Ja. Super. Von wegen doofe Miene. Gute Miene. Na wunderbar. Damit hätten wir diesen Abschnitt hier erledigt. Der Sternenbonusabschnitt. Der Sternenbonusabschnitt. Ob hier in diesem Abschnitt nochmal ein weiterer Stern ist, das wäre auch ganz witzig. Aber eigentlich kann ja gar kein Stern drin sein, weil man könnte den ja auch als letztes machen. Und dann käme man auf keinen Fall hier rein. Und so unlogisch kann dieses Spiel ja jetzt nicht sein, oder? Okay. Ich auf jeden Fall beende die Folge hier und sehe euch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. B-NO-D-E-O-N-M-E-N-M-H-I-S. B-NO-D-E-O-M-E-O-N-M-E-N-M-E-M-E-N-M-M-E-S. Untertitelung des ZDF, 2020